Yo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue Fortnite-Albtraum-Aufträge. Und zwar erhalte einen Geschwindigkeitsschub, indem du einen Pfefferminzbonbon isst. 2x15.000 XP. Leute, wirklich der einfachste Weg, um den Auftrag geführt in 10.000 abzuschließen, ist einmal auf der Karte hierhin zu Kreisbeauftragter, einmal hinzugehen und einem einfach Pfefferminzbonbon von ihm zu kaufen. Hier ist er. Wir nehmen mal hier. Das ist Kreisbeauftragter. Ihr geht einfach hin, kauft euch hier Pfefferminzbonbon so 2 Stück. Dann isst ihr 1. Das ist 1 von 2. Einmal 2 von 2, bis ihr diesen Effekt habt, dass ihr schnell seid. Also ihr müsst einfach 2 Pfefferminzbonbon essen. Das hat gerade nicht gezählt, okay. Ups. Den kaufen wir jetzt noch einen und warten, bis dieser Effekt weg ist. Dann essen wir noch einen. Gucken wir, ob das jetzt hier... So. Wir warten einfach ab, bis dieser Effekt fertig ist. Er sollte gleich fertig sein. So, jetzt ist der Effekt weg. Wir essen noch einen. Und jetzt hat es gezählt. Zack, 2 von 2. Also ihr kauft euch einfach 2 Stück. Ist ein, bis euer Effekt dann weg ist. Dann ist noch ein. Dann habt ihr auch den Auftrag abgeschlossen, Leute. Und ich hoffe, das Video hat euch gehofft und gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lass gelockt, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, was wir sehen, mit dem Video. Und ciao. Auf Wiedersehen, bis nächstes Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.